Du hast in den Bergen sicher auch schon mal was Kurioses, was Seltsames oder was wirklich Gefährliches gesehen, oder? Je länger man in den Bergen unterwegs ist, umso eher wird man mit den spannendsten Anblicken konfrontiert. Darum geht's jetzt. Ich werde jetzt mal meine Top 3 der Dinge nennen, die ich am Berg schon gesehen habe oder miterleben musste, die ich nicht unbedingt wieder sehen muss. Deshalb ist das zum einen eine Sammlung an wilden Kuriositäten, zum anderen aber auch ein Appell. Ich bin ja ein großer Freund von Sicherheit. Wirklich. Und bei Hochtouren ist es mir ehrlich ein Anliegen, dass alle Leute immer mit der richtigen Ausrüstung und dem notwendigen Fachwissen unterwegs sind. Ich weiß nicht, warum das irgendwie jetzt ein Ding ist und vielleicht ist es auch gar kein Ding. Ich habe es nur jetzt ein paar Mal gesehen in den letzten ein, zwei Jahren und ich bin auf ein paar Hochtouren gewesen. Deswegen hat mich das gewundert und ich bin ein bisschen der Frage nachgegangen, warum macht man das? Ich weiß es nicht. Deswegen, natürlich kann man jetzt eine Ascension beispielsweise einfach als Ersatz für die T-Block verwenden. Das funktioniert schon. Nur das Ding ist halt schwer und klobig und ja, ich kann mich damit sehr gut anhalten und ich habe es dann wirklich komfortabel. Also wenn ich in der Spalte hänge und mich selbst retten muss, dann ist das natürlich ein Luxus pur. Aber wer nimmt sowas nur deshalb mit? Also wir reden jetzt hier von Bergen, Großvenediger, Wildspitze, solche Berge halt. Also einfach nichts Dramatisches halt. Entweder man fällt halt wirklich sehr, sehr gerne in Spalten und macht einfach gern den hier. Dann fair enough, habe ich nichts gesagt. Go for it. Oder man ist halt einfach nicht so ganz informiert. Wo ist es eigentlich? Ah hier. Man ist nicht ganz so informiert, wie man mit diesen kleinen Dingern umgeht. So kleiner technischer Größenvergleich. Wer braucht das? Das braucht kein Mensch. Deshalb, ich verstehe das, dass sich Leute überlegen, ob man vielleicht nicht eine Ascension, weil die einfach so schön praktisch ist, für Hochtouren nimmt. Nein. Also ihr braucht es wirklich nicht. Ihr könnt euch sowas kaufen. Ihr werdet mehr Gewicht mitschleppen und ein deutlich schlechteres Pack. Also der Punkt ist halt einfach das Packmaß. Aber ihr könnt es natürlich machen. Aber es hat wirklich gar keinen Mehrwert für euch auf Hochtouren. Es hat dann einen Mehrwert, wenn ihr auf Seilen aufsteigen müsst. Und das sehr viel. Ich kenne keine Hochtouren, bei der man das machen muss. Zumindest hier nicht in den Alpen. Also es gibt bei uns keine Touren, wo man Fixseile hat, die dafür ausgelegt sind, mit Jumas hochgeklettert zu werden. Zumindest nicht auf klassischen Hochtouren. Und der Anwendungszwecke für diese Dinger sind ganz ganz klein. Deshalb kauft ihr einfach keine Juma für Hochtouren. Das braucht man nicht unbedingt. Gut, ich verstehe es ja auch. Man will ja so sicher wie möglich unterwegs sein. Geschenkt. Aber man sollte doch abwiegen, ob manche Ausrüstungsgegenstände nicht einfach ein bisschen, naja, drüber sind. Jeder darf natürlich machen, was er will. Aber im Sinne des Gepäcks würde ich eigentlich nicht dazu raten. Sowohl was Gewicht als auch Packmaß betrifft. Wieder irgendwie ein Hochtouren-Thema, aber auch ein Frühlingsthema. Steigeisen sind ja eigentlich was Tolles. Ich kann mit ihnen auf Untergrund gehen, auf dem ich sonst nicht gehen kann. Also fachlich ausgedrückt. Aber irgendwie ist es des Wanderers Hobby, offensichtlich, Steigeisen per se schnell mal anzuziehen. Deshalb jetzt ein kurzer Crashkurs. Unser Bruder, der braucht einen Crashkurs. Wenn man sulzigen Schnee als Untergrund hat, dann sind Steigeisen sinnlos. Ja, moderne Steigeisen stollen heute kaum noch. Aber ein Bergschuh vergräbt sich mit der Ferse und einem beherzten Tritt, bergab jetzt in dem Fall, ordentlich und deutlich besser als ein Steigeisen. Denn die können dazu führen, dass sich der sulzige Schnee unterm Fuß aufstaut, auch ohne zu stollen, und dann wie eine gute Rutsche den restlichen festen Untergrund hinunterrutscht. Es ist vor allem ein Hochtouren-Thema. Ja, seltsamerweise sind aber auch viele Bergsteiger der Meinung, dass wenn auf einem Grat beispielsweise Schnee liegt, dann braucht man auch Steigeisen. Und an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Ja, Schnee ist ein Indikator für kalt, und kalt kann auch bedeuten, dass natürlich Eis vorhanden ist. Spätestens nach 100 Meter auf einem gleichermaßen steilen, flachen Felsgrat, in dem kein Eis ist und beispielsweise Schnee, sind Steigeisen eher gefährlich als hilfreich. Mit Steigeisen gehen ist schwieriger als ohne. Mit Steigeisen hoch ansteigen ist schwieriger als ohne. Mit Steigeisen klettern ist schwieriger als ohne. Alles ist mühsamer. Man sollte auf alles vorbereitet sein. Aber ich sehe viele Bergsteiger, die offensichtlich bis zum Gipfel auf Eis, ja keine Ahnung, hoffen. Ich möchte damit nicht sagen, dass ihr Steigeisen nie anlegen sollt, und dass ihr immer erst noch probieren sollt, ob ihr nicht vielleicht irgendwie mit Steigeisen vorwärtskommt. Ich meine damit wirklich nur, dass ich sehr oft Leute, gerade am Gletscher beispielsweise, sehe, wie sie mit Steigeisen verzweifelt im Sulz herumrutschen, während man, oder einfach im weichen Schnee eben schon, durch die Nachmittagssonne, und einfach gar keinen Spaß mehr haben, und das Risiko einfach auch steigt, dass man sich selber in der Hose verheddert oder sonst was, und der Mehrwert der Steigeisen einfach nicht gegeben ist. Das soll bitte nicht heißen, dass ihr keine Steigeisen anlegen sollt, weil ihr sonst damit irgendwie doof ausseht, oder euch lächerlich macht, oder sonst was. Es soll wirklich nur heißen, prüft einfach die Situationen, in denen ihr Steigeisen nutzt, und überlegt, ob sie sinnvoll sind, denn der wirkliche Rahmen, in denen Steigeisen sinnvoll sind, der ist begrenzt. Steigeisen sind quasi nicht immer die bessere Lösung. Also ihr geht ja auch nicht einkaufen und überlegt euch, heute Steigeisen oder nicht? Also Steigeisen bei Eis oder Firn oder sonst was, vollkommen klar, Steigeisen, sobald der Schnee wirklich weich wird und tiefgehend weich wird, eigentlich nur noch anstrengender. Deswegen prüft einfach immer wieder mal, ob eure Steigeisen gerade mehr Sinn im Rucksack oder mehr Sinn an euren Füßen machen. Ich hab immer recht. Immer. Ich lieg nie falsch. Kennt ihr solche Leute? Sympathisch. Mir selber ist es passiert und ich hab Leute gesehen, denen das passiert ist, dass Menschen ungefragt anfangen, mit anderen Leuten am Berg zu streiten und zu diskutieren. Ich hab persönlich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren in den Bergen immer mehr darum geht, dass man sich irgendwie profilieren muss, dass man irgendwie zeigen muss, dass man auch wichtig ist. Das ist eine Entwicklung, die ich ganz schrecklich finde und auch teilweise sehr, sehr gefährlich, weil man Leute mit einer richtigen Idee vielleicht davon abbringen kann, weil man selber Blödsinn redet. Ich finde persönlich, dass es wichtig ist, dass wenn erfahrenere Bergsteiger unerfahrenen Bergsteigern oder auch einfach anderen Bergsteigern einen Tipp geben wollen, dass das zum einen nicht einfach respektlos im Sinne von hier, ich schmier dir das jetzt ins Gesicht passiert und zweitens, dass wir dabei immer vorher prüfen, ganz wichtig, prüfen, bevor wir scheiße reden und prüfen, ob das, was wir eigentlich gerade sagen wollen, überhaupt stimmt und ob es wirklich nur unsere Lösung gibt, die definitiv richtig ist. Ich sehe in den letzten Jahren viele Menschen in den Bergen unterschiedlichster Erfahrungsstufe Fehler machen. Das liegt zum einen halt einfach an dieser klassischen alte Hase, ist halt schon lange dabei und passt nicht mehr so auf, setzt sich keinen Helm auf, da ist noch nie irgendwo ein Stein runtergefallen, ihr kennt das. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Leute, die in den Bergsport frisch eingestiegen sind, die einfach noch nicht so viel Ahnung haben, noch nicht so viel Praxiserfahrung gesammelt haben, einfach noch ein bisschen unterwegs sein wollen. Und wenn es von beiden Gruppen viele Leute gibt, dann sieht man in den Bergen viel komisches Zeug. Und das Problem ist, die einen glauben es sehr viel besser zu wissen, während sie komisches Zeug machen und die anderen sind so verunsichert teilweise, dass sie von den einen sich Sachen abschauen oder sich auch Sachen erklären lassen. Und ganz weird und ganz scheiße wird es, und das meine ich jetzt 100% ehrlich, wenn die alten Hasen oder die angeblich so erfahrenen Leute anfangen, sich über Einsteiger, die einfach selbst auch mal was machen wollen, sich entweder lustig zu machen, sie diffamieren, sie runterziehen oder im schlimmsten Fall auch beleidigen. Wer das macht, ist ein riesiges Arschloch. Wenn Leute, egal welche Erfahrungsstufe, am Berg ohne Helm unterwegs sind, so be it. Es ist egal. Lasst die Leute doch einfach das machen, was sie machen wollen. Und wenn mich jemand fragt, warum gehen die ohne Helm und wir gehen mit Helm, dann habe ich dafür eine gute Erklärung, ohne gleichzeitig zu sagen, dass das Idioten sind. Sondern ich einfach für mich selber beispielsweise festgestellt habe, den Helm zu tragen, ist eine gute Idee hier und da. Umgekehrt funktioniert es aber genauso. Wenn ich der Meinung bin, keinen Helm zu tragen und alle anderen tragen einen Helm, dann gibt es zwei Optionen. Entweder ich kann das sehr gut argumentieren und das ist schlüssig. Oder zweitens, ich habe einen Fehler gemacht. Und es ist okay, Fehler zu machen. Ich weiß, was ich tue und wenn ich Fehler mache, dann gestehe ich sie mir auch sofort ein. Aber wenn mir jemand irgendeinen Scheiß aufbinden möchte, höre ich das nicht mehr. Hört also auf, Leuten was zu erzählen, wenn ihr selbst den leisesten Verdacht habt, dass ihr gerade selber keine Ahnung habt, wovon ihr redet. Das ist mir ehrlich wichtig. Jemanden quasi mit Bullshit zu konfrontieren, ist nicht gut. Lass das. Mir ist es egal. Aber Leuten, die keine Erfahrung haben, ist das nicht egal. Die nehmen sich das zu Herzen, werden verunsichert, wissen nicht, was sie tun sollen und wie sie mit einer Situation umgehen sollen, lernen dann irgendwas daraus oder vielleicht auch gar nichts. Wenn ihr Leuten helfen wollt und nicht einfach nur darstellen wollt, dass ihr geil seid oder dass ihr euch geil findet, dann sprecht diese Menschen nett an und unterhaltet euch mit ihnen. Nicht dieses von oben draufhauen. Und ich habe das Gefühl, dass das in den letzten Jahren schlimmer wurde. Und deswegen an dieser Stelle nochmal, ich weiß, das Video geht jetzt schon wieder lang, hört auf, Leuten Sachen zu erzählen, wenn ihr euch nicht zu 100% sicher seid, dass ihr sie besser wisst und dass andere Leute sich gerade in Gefahr begeben haben. Nur weil jemand eine andere Lösung zum Beispiel für eine Situation hat, heißt das nicht, dass ihr irgendwas besser gemacht habt als die anderen. Es heißt nur, dass ihr eine andere Lösung hattet. Aber dieses Aufdringliche, ich binde dir jetzt quasi meine Meinung um, friss, lass das einfach. Und wenn ihr auf so jemanden trefft, seid sehr, 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 sehr kritisch. Ich weiß, viele Einsteiger hören mir hier zu. Seid sehr kritisch, ob das, was ihr heute da gerade gehört habt, wirklich valide ist oder nicht. Und ob ihr das euch wirklich zu Herzen nehmen solltet oder ob das einfach nur ein vollkommen beschissener, unprofessioneller Kommentar war. In diesem Sinne, ich mag Bergsport. Und was ich noch lieber mag, ist, wenn wir alles ein bisschen bescheidener, informierter und besser vorbereitet auf unsere Touren gehen. Alle zusammen und gemeinsam eine schöne Zeit haben. Und falls ihr eine schöne Zeit haben wollt und dieses geile T-Shirt dabei tragen wollt, dann findet ihr da oben einen Link zum Shop, wo man das kaufen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und bergheil.